Sternengeschichten Folge 116 Meteoriten vom Mars Meteoriten haben wir auf der Erde schon jede Menge gefunden. Nicht so viele vielleicht, wie sich die Wissenschaftler wünschen würden, aber die Museen und geologischen Sammlungen haben auf jeden Fall viele Exemplare auf Vorrat. Und das ist auch gut so, denn wir können durch sie viel lernen. Ein Meteorit ist, ganz simpel gesagt, ein Stein, der vom Weltall aus auf die Erde gefallen ist. Früher hat man das für Unsinn gehalten. Steine waren auf der Erde und nicht im Himmel. Und wenn man doch ab und zu mal einen Feuerball durch die Nacht rasen gesehen hat und später einen seltsamen Stein vom Boden aufsammeln konnte, dann hat man dafür jede Menge Theorien gehabt, die nichts mit dem Weltraum zu tun gehabt haben. Zum Beispiel die, dass sich die Steine in den oberen Bereichen der Atmosphäre durch die Zusammenballung von Staub bilden und dann einfach runterfallen, wenn sie zu schwer werden. Aber ab etwa dem 18. Jahrhundert wurde den Forschern dann langsam klar, dass es sich wirklich um Objekte handeln muss, die nicht von der Erde stammen. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat man dann auch die Quelle der Meteoriten entdeckt. Am 1. Januar 1801 fand der italienische Astronom Giuseppe Piazzi den Asteroid Ceres. Der wurde zwar zuerst für einen Planeten gehalten, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Heute jedenfalls wissen wir, dass es im Sonnensystem Milliarden, wenn nicht gar Billionen größere und kleinere Felsbrocken gibt, die überall zwischen dem Planeten ihre Bahnen ziehen und ab und zu mit ihnen zusammenstoßen. Wenn nach der Kollision dann noch etwas von ihnen übrig ist und zum Beispiel auf der Oberfläche der Erde landet, dann nennt man das Meteorit. Meteorit Die kosmischen Felsbrocken sind eine der wenigen Gelegenheiten für Astronomen, ihre Untersuchungsobjekte direkt zu untersuchen. Normalerweise sind Sterne, Planeten und Galaxien viel zu weit weg und es bleibt nur die Beobachtung aus der Ferne. Die Meteoriten aber, die können ausführlich im Labor analysiert werden. Und die Erkenntnisse, die aus diesen Untersuchungen gewonnen werden, die sind besonders wertvoll. Denn Asteroiden sind das, was bei der Entstehung der Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren übrig geblieben ist. All das Material, das sich aus den verschiedensten Gründen nicht zu großen Planeten zusammengeballt hat, nicht aus dem Sonnensystem geflogen ist und nicht durch Kollisionen zerstört worden ist, das fliegt heute noch dort draußen herum. Und wenn wir wissen wollen, wie die ursprüngliche Materie beschaffen war, aus denen die Himmelskörper unseres Sonnensystems entstanden sind, dann müssen wir die Asteroiden untersuchen. Auf der Erde geht das nur schwer, denn hier haben die geologischen und chemischen Prozesse das Gestein, aus dem sie entstanden ist, schon längst massiv verändert. Zu den Asteroiden selbst zu fliegen und sie vor Ort zu untersuchen, ist aber auch schwer und teuer und aufwendig. Bis jetzt ist das nur bei einer Handvoll von Objekten gelungen. Die Meteoriten aber kommen von selbst zu uns und die warten nur darauf, von den Forschern aufgesammelt und analysiert zu werden. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt und jeder Fund ist daher von großer Bedeutung und Anlass zur Freude. Für die Wissenschaftler, weil sie neue Erkenntnisse bekommen und für private Sammler, weil sie die Steine für viel Geld verkaufen können. Besonders groß ist die Freude, wenn man einen der ganz seltenen Meteoriten findet, die nicht von einem Asteroid stammen, sondern von einem anderen Planeten. Denn auch das kommt vor. Schlägt zum Beispiel ein großer Asteroid auf dem Mars ein, dann entsteht ein großer Krater. Und ist die Kollision heftig genug, dann kann ein Teil des Materials, das dabei in die Luft geschleudert wird, bis hinauf ins Weltall fliegen. Ein paar Steine, die früher den Marsboden gebildet haben, die sausen nun selbst als Pseudo-Asteroiden durch Sonnensystem. Und ab und zu kommt es vor, dass die auf ihrer Bahn der Erde im Weg stehen. Dann schlägt der Stein vom Mars auf der Erde ein und wenn man Glück hat, wird er von Leuten gefunden, die erkennen, was sie da vor sich haben. Auf den ersten Blick unterscheidet sich so ein Stück vom Mars nicht von einem normalen Meteoriten. Aber im Labor untersuchen die Wissenschaftler oft die Gase, die im Gestein der Brocken eingeschlossen sind. Die tun das, weil sie wissen wollen, welche Atome und Moleküle in der ursprünglichen Materie vorhanden waren, die vor viereinhalb Milliarden Jahren die junge Sonne umgeben hat. Bei Meteoriten vom Mars finden sie daran aber natürlich die Gase, die der dünnen Marsatmosphäre entsprechen. Wie die zusammengesetzt ist, das weiß man von den diversen Missionen und Raumsonden, die wir bisher schon zu unserem Nachbarpanel geschickt haben. Und eine genaue Analyse kann so die wahre Natur des vermeintlichen Asteroidenbruchstücks enthüllen. Der erste Mars-Meteorit wurde schon im Jahr 1815 in Frankreich gefunden. Als Mars-Meteorit erkannt hat man ihn aber erst in den 1980er Jahren. Da die Identifizierung dieser Objekte so kompliziert ist, hat man bis jetzt auch nur 132 Mars-Meteorite gefunden, von weit über 60.000 Meteoriten, die insgesamt entdeckt worden sind. Der prominenteste von ihnen, das ist sicherlich der knapp 2 Kilogramm schwere Brocken, der den Namen ALH 84001 trägt. Der wurde 1984 in den Ellen Hills in der Antarktis gefunden und hat 1996 weltweit Schlagzeilen gemacht. Da sind Wissenschaftler vor die Presse getreten und haben erklärt, das Bruchstück vom Mars würde fossile Spuren von Bakterien enthalten. Das wäre natürlich eine gewaltige Sensation gewesen. Und es wäre auch nicht mal unmöglich. Wir wissen, dass die Bedingungen auf dem Mars früher anders waren als heute. Früher gab es eine dichtere Atmosphäre und auch flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche. Es hätte also einfaches Leben entstehen können. Und dieses Leben hätte seine Spuren im Gestein hinterlassen können. Natürlich wäre es ein enormer Zufall gewesen, wenn gerade so ein Stück mit fossilen Lebensspuren bei einem Einschlag auf dem Mars ins All geschleudert wird. Und wenn gerade dieses Stück später mit der Erde kollidiert und gerade dieses Stück von Wissenschaftlern gefunden wird. Aber möglich wäre es und manchmal kann man ja auch Glück haben. Der Medienrummel, der war jedenfalls enorm und sogar der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, ist vor die Kameras getreten und hat diese epochale Entdeckung von außerirdischem Leben gewürdigt. Die Daten der Wissenschaftler haben gezeigt, dass das Marsgestein viereinhalb Milliarden Jahre alt ist, also wirklich aus der vermutlich lebensfreundlichen Frühzeit des Mars stammt. Der Einschlag, der das Stück ins All geschleudert hat, der muss vor ungefähr 15 Millionen Jahren stattgefunden haben und vor ungefähr 13.000 Jahren ist der Brocken dann auf der Erde gelandet. Sowas kann man übrigens herausfinden, wenn man die chemischen und geologischen Veränderungen im Gestein betrachtet, die durch die verschiedenen Arten der Strahlung verursacht werden. Je nachdem, ob ein Stück Gestein auf dem Mars liegt, durchs Weltall fliegt oder im Eis der Antarktis auf seine Entdeckung wartet, ist es unterschiedlichen Arten und Stärken kosmischer Strahlung ausgesetzt, und das lässt sich auch im Nachhinein noch rekonstruieren. Mittlerweile hat sich die Aufregung um ALH 84001 aber wieder gelegt. Als die anderen Wissenschaftler die Arbeit der Entdecker geprüft haben, haben sich die fossilen Lebensspuren als längst nicht so überzeugend gezeigt, wie sie zuerst ausgesehen haben. Die angeblich von Bakterien verursachten Veränderungen im Marsgestein waren viel kleiner, als man es eigentlich erwarten würde, und auch die im Gestein gefundenen polyzyklischen aromatischen Kohlenmasserstoffe, die man auf den Zerfall von Bakterien zurückgeführt hat, die könnten durch andere Prozesse erzeugt worden sein. Heute ist der Fund bestenfalls noch umstritten, die meisten Forscher gehen aber davon aus, dass ALH 84001 einfach nur ein Meteorit vom Mars ist, aber keine eindeutigen Spuren von Leben zeigt. Aber angesichts der Tatsache, dass wir ein Stück eines fremden Planeten darstellten, wir hier auf der Erde untersuchen können, ist das schon bedeutend genug. Der Mars ist allerdings nicht der einzige Himmelskörper, von dem Bruchstücke auf der Erde gefunden worden sind. Auch unser nächster Nachbar, der Mond, hat ein paar Steine auf die Erde geschleudert. Und es gibt sogar Hinweise, dass auch Steine von anderen Planeten ihren Weg zu uns gefunden haben. Die Erde ist außerdem nicht nur Empfänger von Meteoriten, sondern auch ein Lieferant. Auch sie hat bei den größeren Einschlägen in der Vergangenheit Teile ihrer Kruste ins All geschleudert. Und auf den restlichen Himmelskörpern des Sonnensystems könnten daher Erdmeteorite zu finden sein. Und was das für Konsequenzen gehabt haben könnte, das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.